Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Uhrenfieber. Heute ist es endlich soweit. Die 40mm Version der Pagani Design Submariner Hommage ist eingetroffen. Wie ihr bereits sehen könnt, habe ich mich für die Version mit der grünen Keramiklünette und dem schwarzen Ziffernblatt entschieden. Ist ja auch in Rolex Kreisen als Kermit oder seit einiger Zeit auch als Starbucks Version bekannt. Ja, bevor wir genauer auf die Uhr eingehen, wie immer ganz kurz was zur Verpackung. Wir haben hier wie immer den üblichen Pagani Design Karton. Also da hat sich in der ganzen Zeit noch nichts getan. Dann haben wir allerdings dieses Mal irgendwie komische Zubehörbeigaben. Irgendwie so ein blaues Ding. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal rein. Und dann hier irgendwie noch so eine Krimskramstüte mit, ja, weiß ich nicht, einer SIM-Kartennadel, einem Touchstift und dem allerhochwertigsten Kaugummiautomaten-Schmuck. Also das weiß ich wirklich nicht, warum die Chinesen das hier in die Packung mit reingeschmissen haben. Ja, wahrscheinlich soll das so ein bisschen als Überraschung gedacht sein. Naja, dann, was allerdings ganz gut ist, wird inzwischen scheinbar bei den Pagani-Uhren auch ein kleiner Schlitzschraubendreher mitgeliefert. Das ist ganz praktisch. Damit kann man das Armband dann entsprechend kürzen. Das hatten wir ja vorher nur bei den Landwinden- oder Bersigaruhren. Dann wie immer das Poliertuch. Und hier habe ich dann schon wieder die restlichen Bandglieder entnommen. So wie wir es von Pagani kennen, wieder schön verschraubt. Und was mir immer sehr gut gefällt, die Mittelglieder nicht poliert, sondern entsprechend geschliffen. Ich finde, das sieht deutlich hochwertiger aus. Ja, dann kommen wir zurück zur Uhr. Die 40mm Pagani-Design Submariner-Hommage gibt es auf Amazon unter dem Namen Pagrine-Design. Da gibt es dann wieder verschiedene Farbmöglichkeiten. Unter anderem eine Version mit blauer Lünette und schwarzem Ziffernblatt, aber auch eine komplett schwarze Version. Allerdings ist diese Version, dieses Kermit-Modell, in Deutschland aktuell noch nicht verfügbar. Ich denke, es wird in den nächsten Tagen oder Wochen dann aber auch auf Amazon verfügbar sein. Aktuell gibt es diese Version also nur bei AliExpress. Da habe ich sie jetzt auch bestellt. Ich musste etwa vier Wochen warten und ich hatte Glück, ich musste keine Zollgebühren bezahlen. Allerdings sollte man das natürlich bei dem Preis sicherheitshalber immer mit einkalkulieren. Link zu der Uhr ist natürlich auch unten in der Beschreibung. Kostet aktuell, glaube ich, 60, 70 Euro oder so. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten bei AliExpress, die meisten Händler akzeptieren inzwischen auch PayPal. Also, ja, da kann man auch ganz gut die Uhren kaufen. Wie das mit Rücksendung ist, das weiß ich allerdings nicht. Ich habe da bisher immer Glück gehabt. Und auch diese Uhr macht wieder einen sehr ordentlichen Eindruck. Ja, die Abmessungen sind natürlich wieder Rolex-typisch. Wir haben hier einen Durchmesser von 40 Millimetern, eine Höhe von etwa 12,5 Millimeter, wobei dieses Modell eher so 12,2, 12,3 Millimeter groß ist. Im Vergleich habe ich hier nochmal die Landvin im Hulk-Design. Die habe ich ja letztens vorgestellt. Die ist dann tatsächlich einen Ticken dicker. Das sind dann wirklich 12,5 Millimeter. Ich glaube, man kann den Unterschied erkennen. Ja, diese Uhr ist im Grunde sehr, sehr ähnlich zu der Pagani-Design-Version. Die gibt es auf Amazon aktuell, glaube ich, für 85 Euro oder so. Die ist reduziert. Auch eine sehr, sehr gute Uhr. Ein direkter Vergleich zwischen beiden Uhren wird es dann mal am Wochenende geben. So ein paar kleine Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Ich denke, das kann man schon sehen. Allerdings denke ich, dass beide Uhren vom gleichen Band laufen. Also, dies hier ist im Endeffekt auch auf jeden Fall eine Pagani-Uhr. Nur mit leichten Abänderungen. Naja, nach dem kleinen Ausschweifer hier nochmal zurück zur Uhr. Wir haben hier einen Bandanschluss von 20 Millimetern und das Ganze verjüngt sich hier auf bis zu 16 Millimetern an der Schließe. Wir haben einen Hornabstand von 47 Millimetern. Also im Grunde wirklich die typischen Rolex-Abmessungen, so wie man das kennt. Wir haben hier Pagani-Design typisch wieder eine Keramik-Lünette, Saphir-Glas und 316L-Edelstahl. Und ich muss sagen, dass diese Pagani-Uhren von der Verarbeitung echt immer besser werden. Wir haben hier jetzt bei dem Modell zum Beispiel sogar eine 120-Klick-Lünette. Das sieht man hier. Und ich finde, inzwischen füllen sich diese Lünetten auch echt hochwertig an. Also am Anfang hatte man da ja so ein bisschen Spiel drin, aber ich finde, inzwischen ist das Ganze deutlich robuster geworden. Die Zahlen hier in der Keramik-Lünette sind auch eingraviert, nicht einfach aufgeklebt. Und das ist bei Pagani-Design echt immer sehr hochwertig ausgeführt. Ich habe euch ja auch bereits in dem letzten Video zur Landwind gesagt, dass man den grünen Ton angepasst hat. Der ist jetzt deutlich näher am Original und gefällt mir wirklich sehr gut. Ich persönlich finde auch wirklich dieses Starbucks- oder Kermit-Design in Kombination mit dem schwarzen Ziffernblatt sehr schön. Wobei ich auch weiß, dass es viele Leute gibt, die da dieses alte, komplett grüne Hulk-Design auf jeden Fall vorziehen. Aber das ist ja schön, dass es da inzwischen dann die Wahlmöglichkeit gibt, dass man sich da entscheiden kann, welche Uhr man haben möchte. Wir haben hier wieder ein sehr schönes Finish am Gehäuse und am Band der Uhr. Obendrauf ist es hier geschliffen, an der Seite poliert und die Übergänge sind wieder sehr gut ausgeführt. Also man sieht das hier, das ist wirklich sehr filigran und gefällt mir gut. Auf der Lünette haben wir es dann auch wieder obendrauf anpoliert und an der Seite sowie im Inneren dann geschliffen. Das Band, wie ich eben schon gesagt habe, ist komplett geschliffen. An der Seite hat man allerdings hier poliert und die Schließe ist wieder Pagani-Design typisch. In letzter Zeit hat man das Ganze nochmal überarbeitet, sodass diese Schließen inzwischen etwas einfacher aufgehen. Wir haben hier ja immer diesen schönen Drückmechanismus, wo man hier diesen Drücker hochbiegen muss so ein bisschen. Das ist ja echt ganz gut ausgeführt. Und früher war es so, dass man da schon echt ordentlich Kraft aufwenden musste. Aber ich finde in letzter Zeit hat man da wirklich nochmal nachgelegt und das Ganze etwas verbessert. Dann haben wir hier natürlich auch wieder die Taucherverlängerung an Bord. Dann müssen wir hier so ein bisschen drücken und können dann das Band entsprechend um 5 mm verlängern. Das ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Ich nutze das selber persönlich auch recht oft, wenn ich die Uhren trage. Wenn man irgendwie dann länger spazieren geht zum Beispiel, kann ich es nicht haben, wenn die Uhr locker sitzt. Dann drücke ich mir hier die Verlängerung rein, dann sitzt sie wieder enger. Also das finde ich auf jeden Fall ein sehr schönes Gimmick. Ja, wir haben hier auch wieder das typische Seiko NH35A Automatikwerk verbaut. Das wird in diesen chinesischen Hommageuhren ja sehr gerne eingesetzt und das ist auch wirklich ein echt gutes Werk. Wir haben hier eigentlich in Ausstattung bei dem Werk alles, was man braucht. Wir haben hier einen Handaufzug. Wir haben auch einen Sekundenstopp. Und ja, das Werk lässt sich auch gut einstellen. Also das ist hier alles überhaupt gar kein Problem. Das sieht man hier. Bei den billigen Werken merkt man das ja teilweise, wenn man dann die Krone rauszieht, dann die Zeit verstellen will, dass das Ganze dann hier irgendwie so, ja, weiß ich nicht, unpräzise läuft. Also das ist hier bei dem Werk echt immer sehr schön gelöst. Wir sehen auch hier wieder der typische Dichtring. Also wasserdicht sind diese Uhren auf jeden Fall. Und die Krone lässt sich auch schön weich reindrehen. Also da ist nichts am Haken. Grundsätzlich ist die Krone auch wieder hier mit dem Pagani Design Logo beschriftet. Auch das ist ein schönes kleines Detail. Wir haben natürlich die Bandanstöße wieder komplett solide und auch keine gefalteten Bandlider oder so. Also für den geringen Preis sind die Uhren schon echt immer sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Und ich finde, dass man wirklich in der Qualität nochmal nachgelegt hat. Also die Uhren werden echt immer besser in der letzten Zeit. Da lernt Pagani Design auf jeden Fall immer noch gut dazu. Ja, dann lege ich die Uhr hier einmal um. Wie viele wissen, habe ich ja ein 16,5 cm Handgelenk. Also relativ dünn. Aber die Uhr trägt sich wirklich sehr angenehm, sehr komfortabel. Ihr seht das hier. Nicht zu groß, nicht zu klein. Ja, dieses 40 mm Submariner Gehäuse ist einfach optimal für so ziemlich jede Handgelenksform. Die Uhr sitzt auch wirklich sehr schön dünn. Also das gefällt mir auch sehr gut. Und ich finde halt wirklich diese Farbkombination auch echt schön. Ich finde es schön, dass Pagani hier so einen kleinen Sonnenschliff mit eingebaut hat im Ziffernblatt. Das Ganze ist auch nicht zu viel. Das ist nicht übertrieben. Das ist wirklich schön dezent gehalten. Und sieht auf jeden Fall sehr hochwertig und elegant aus. Ja, das soll es dann auch schon wieder zu dieser kurzen Vorstellung gewesen sein. Wie gesagt, abonniert sehr gerne den Kanal, um nichts zu verpassen. Am Wochenende wird es dann auf jeden Fall nochmal einen Vergleich zwischen der Pagani und der Landwind geben. Denn wie ich eben schon gesagt habe, so ein paar kleine Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Und dann möchten wir einfach mal rausfinden, welche Uhr denn jetzt die bessere ist. Und dann habe ich unter anderem auch noch eine Cargö Speedmaster bestellt. Also eine Omega Speedmaster Hommage. Die dürfte auch in den nächsten Tagen ankommen. Also da gibt es auf jeden Fall noch einige interessante Uhren in nächster Zeit. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Und in dem Sinne bis zum nächsten Video hier bei Uhrenfieber. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020